Da kommt er, rein spaziert Otto Rehagel, bloß nichts anmerken lassen von irgendwelcher Nervosität. Locker grüßte er ins Volk und der Daumen zeigte nach oben, also Optimismus ausstrahlen. Nun wird er sehen, ob seine Jungs dem großen Druck standhalten können. Der FC Kainrot ohne den grippekranken Roos, für ihn spielte Balak Ratinho wieder im Kader, aber erstmal nur auf der Bank. Und Lautern versuchte gleich Druck zu machen, Sforza auf Marschall, Jens Keller bloß Wett damit. Und schon griffen sie wieder an, die Pfälzer. Miro Kadlec, er geht ja weg im Sommer, sein letztes Spiel am Betze begann ungemütlich. Präger hatte in dieser Szene hingelangt. Wolfsburg hielt also direkt dagegen, bloß nicht hinten reindrängen lassen. 39 Punkte haben sie, noch sind sie nicht durch, sie wussten ja nicht, wie Bielefeld spielt. Claudio Rehner beim Einwurf, dann Kapitanovic und da kommt Breitenreiter. Fünfte Minute, das klare Zeichen, die sind nicht nur zum Beifallklatschen angereist. Andere Seite, Freistoß für den FCK, eine Aufgabe für Martin Wagner, dann Marschall und Zimmermann bolzt den Ball weg. Zum ersten Mal die allgemeine Verunsicherung im Wolfsburger Strafraum, Marschallsbewacher Ballwanz hatte da etwas die Übersicht verloren. Die Gäste keineswegs geschockt, Ecke Wolfsburg, Dammeier. Und nun die FCK-Abwehr ordentlich durcheinander, Vorsicht vor dem VfL, nur einmal blieben sie auswärts bislang ohne Tor. Der FCK, wieder mit Kadlec, der sich direkt weit nach vorne orientierte. Kadlec, schön auf, an die Buck. Und nun Achtung, da kommt Wagner. Dumm gelaufen, bloß die Nerven unter Kontrolle halten. Vor sieben Jahren war hier auch schon mal alles bereit zur Meisterfeier. Und dann verloren sie gegen Gladbach. Eine Woche später wurden sie ja dann in Köln doch noch Meister. Lautern, überlegen. Harry Koch, Marco Reich, er kam über die rechte Seite. Reich, und da ist Rissdorf. Rissdorf, Chance vertan und Mann am Boden. Hier ist er, Marian Kovacevic. Der hatte Rissdorfs linken Ellenbogen abbekommen. Das sah aber nicht nach Absicht aus. Wehtut's trotzdem. Hier haben wir die Szene. Kovacevic musste kurz raus und wurde dann behandelt. Er konnte aber später weiterspielen. Wagner beim Einwurf. Aufs Vorzag gegen Dammeier. Schön macht er das. Und Marschall. 1.0, 24. Minute. Olaf Marschall. Wer sonst? Der FCK in Führung gegen 10 Wolfsburger. Kovacevic wurde ja draußen noch behandelt. Traumhafte Vorarbeit von Sforza. Perfekt den Ball abgedeckt. Und dann blind rein damit. Das wirkte wie einstudiert. Marschall am langen Pfosten. Artistisch gegen Balwans. Klasse gemacht. Und wir schauen nochmal zurück auf Schiriakos. Sforza gestikulierend vor dem Treffer. Der wusste, was er im Sinne führte. Und dann das Leckerli fürs Lehrbuch der Ballbehandlung. Die Belohnung folgte prompt. Der Blick an die Linie. Der Blick auf Otto. 1.0, Führung. Er nahm es relativ gelassen. Und die Fans? Die feierten die Führung. Egal was die Bayern machen, raus müssen die Emotionen. 1.0 für den 1. FC Kaiserslautern. Nach 24 Minuten. Die Pfalz jubelt und setzt auf den MSV. Thomas Herrmann bitte. Der FCK ist stark und eher allen voran. Macht Marschall Lautern etwa zum Meister. Wieder mal hat er getroffen. Wieder so ein wichtiges Tor. Insgesamt sein 19. Saisontreffer. Und das bei wohlgemerkt nur 23 Einsätze. Sforza. Sie machten weiter Druck. Jetzt nur nicht nachlassen. Dann Martin Wagner. Er spielte bis jetzt sehr gut. Wieder so ein schöner weiter Ball. Und dann im Strafraum wieder dieser Marschall. Da ist er. Und Ristoff kommt dazu. Aber Zimmermann mit Mühe hat er den Ball. Es bleibt dabei 1.0. Beruhigend ist das noch nicht für den FC Kaiserslautern. Und Wolfsburg musste ja eigentlich kommen. Die Dachten mit ihren 39 Punkten sind sie noch nicht gerettet. Breitenreiter. Schön auf Roy Präger. Dann Greiner, der Ex-Lauterer. Und dann Reinke gegen Renner. Was für ein Fehler. Dammeyer bleibt hängen. Und dann kommt Kapitanovic. Chance vergeben. Aber das Ding war hier noch lange nicht gegessen. Das Spiel lebte von der Spannung. Hochklassig war es nicht gerade. Der FCK war wieder. Sforza. Dann Ristoff gegen Kovacevic. Und jetzt kein Pfiff. Schiedsrichter Jürgen Jansen ließ das Spiel weiterlaufen. Das war hart an der Grenze. Aber ich meine, es war in Ordnung, hier weiterlaufen zu lassen. Ristoff legte sich da auch mächtig nach hinten. Also kein Elfmeter. Und wir schauen mal wieder an die Seitenlinie. Und hören mal, was Otto zu sagen hat. Nö! Spiel Fußball, Mensch! Spiel Fußball, Mensch! Spiel Fußball, hat er gesagt. Recht hat er. Seine Mannschaft war überlegen. Aber das Spiel zerfahren von Nervosität geprägt. Diese Szene belegt das. Ein Heiden-Durcheinander. Ja, bei beiden Teams. Und dann der Body-Check von Schönberg gegen Präger. Die Folge gelb. Seine Fünfte. Wie bitter, er fehlt in Hamburg. Aber was heißt hier bitter? Vielleicht ist ja dann sogar schon alles entschieden. Im Moment wäre es so. Im Moment wäre Lautern Meister. Auf nach Duisburg zu Thomas Herrmann. Das Mäuschen ist wieder gesund. Sechs Wochen lang fehlt der Ratinho. Und nun durfte er wieder ran. Zur zweiten Hälfte brachte Otto den flinken Brasilianer. Er kam für Marco Reich ins Spiel. Acht zu drei Torschüsse für den FCK in der ersten Spielhälfte. Aber halt nur ein Tor. Beileibe kein dickes Polster. Sie kamen raus aus der Kabine und machten Dampf. Wagner. Schön auf Marschall. Marschall Zimmermann hat aufgepasst. Aber da kommt nochmal Wagner. Ball war es zu spät. Martin Wagner. 52. Minute. 2 zu 0. Der Betze bebt. Und Schiri Jansen. Der lief davon, weil die Wolfsburger Abseits reklamierten. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ganz klar. Es war kein Abseits. Also Wagner doppelt gut. Erste Klasse Pass auf Marschall. Der macht nichts draus. Und dann macht es Wagner halt. Ganz allein. Holger Ballwanz nun bei beiden Treffern. Der Pechvogel. 2 zu 0 für den FCK. Ein wunderschöner Treffer von Martin Wagner. Otto Rehagel beim 2 zu 0. So langsam nimmt die Sache hier Gestalt an. Denn egal was die da in Duisburg veranstalten. Wenn Lautern zweimal gewinnt, dann sind sie Meister. Der 1. Sieg bahnte sich zumindest schon mal an. Und der FCK legte nach. Ratinho. 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 Das wäre was gewesen. 9 Minuten zurück. Und gleich ein Tor. War aber nicht. Weiter geht's. In dieser Phase kaum noch was zu sehen von den Gästen aus Wolfsburg. Jetzt der FCK auch spielerisch souverän. Kadlec. Das ist Michael Schönberg. 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 Einer seiner weiten Bälle. Die spielt er oft. Und da löst sich Marschall. Und wieder so ein Lupfer. Und wieder das Tor. 3. 0. 56. Minute. Da steht's geschrieben. Saisontor Nummer 20. Wenn der so weitermacht, holt er Kirsten doch noch ein. Das wird ihm recht egal sein. Diese Torjägerkrone dem Olaf Marschall. Hauptsache es würde vielleicht klappen mit der Deutschen Meisterschaft. Auch hier. Sie sehen's. Kein Abseits von Olaf Marschall. Wieder sieht Ballwands alt aus. Und dann perfekt vollstreckt. Klasse dieser Lupfer. Zimmermann erneut geschlagen. Olaf Marschall. Sein zweiter Treffer heute Nachmittag. Danach dann Wechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Rieschekamp für Sforza. Und der Küsschen fürs Söhnchen. Gianluca erfuhr vom Papa, dass er aber nur Meister wird, wenn die Bayern nicht gewinnen. Wolfsburg konnte das Unternehmen Punkt aus Lautern entführen, so langsam begraben. Die wussten gar nicht, wie gut es trotz Rückstand um sie steht. Roy Präger. Sie versuchten es. Präger. Präger. Aber Reinke. Der Blick auf VfL-Trainer Wolfgang Wolf. Zehn Jahre Spieler beim FCK. Mitglied beim FCK. Natürlich wünscht er Lautern den Titel. Aber doch nicht auf seine Kosten. Ob der wusste, wie es mittlerweile in Bielefeld steht? Otto nahm Marschall raus. Erstens das 3 zu 0 recht beruhigend. Und zweitens, der hat vier gelbe Karten. Nicht, dass der auch noch fehlt beim letzten Spiel in Hamburg. Die letzten Minuten laufen schon. Ratinho nochmal. Ratinho. Harry Koch. Riesche. 4 zu 0. 88. Minute. Tja, der genießt's. Das Ding war nun hier endgültig gegessen. Da hatten die Wolfsburger schon recht tatenlos zugesehen. Erst Koch völlig frei und dann noch Jürgen Grieche. Sein elftes Saisontor. 25 Minuten war er gerade mal auf dem Feld. Und der Gruß zur Bank. Ätsch, ich hab die Zeit genutzt. Die letzten Sekunden im Fritz-Walter-Stadion. 4 zu 0. Dabei blieb es. Der abfindelt eben. Hier wusste wirklich keiner, wie es denn nun in Duisburg steht. Das Spiel zu Ende. Otto beruhigte erst mal. Freut euch nicht zu früh. Wann wird der Abpfiff aus der Wedau gemeldet? Noch rund 5 Sekunden. Da, jetzt weiß er's. Jetzt weiß Otto Lautern ist Meister. Er hat's geschafft. Der erste Aufsteiger, der deutscher Meister ist, heißt Kaiserslautern. Auf ging's zur persönlichen Ehrenrunde. Da ist Schönberg gerade eben bei ihm. Mit ihm hat alles begonnen am ersten Spieltag in München. Da nahm das Wunder seinen Lauf. Und jetzt ist er beim Präsidenten bei Kessler. So, wir wollen hören, was die Meister sagen. Ecki Häuser und Klaus Feldmann mit den ersten Reaktionen. Ist das ein Kindheitstraum, der heute in der Füllung geht? Natürlich. Jeder Fußballer will deutscher Meister werden. Und das mit meinem Verein hier, Kaiserslautern, das ist ein Traum. Und ich darf sogar mitspielen. Das ist unglaublich. Und ich denke mal, in erster Linie, der Mann... Scheiß auf Bayern-Ninchen! Hey, hey. Ruhe, Ruhe. Im Endeffekt, in erster Linie muss man mal einen Dank nach Duisburg schicken, weil sie, sei mal, im Gegensatz zu dem, was der Trainer gesagt hat vor dem Spiel, haben sie einen Punkt geholt. Und vielen, vielen Dank. Und was passiert denn in Ihnen selbst? Hüpft da das Herz? Ja, natürlich. Ein Trainer träumt natürlich davon, dass er deutscher Meister wird. Und wenn es dann nachher so weit ist, dann fängt man sich auch schnell wieder, all die Dinge, die vorher geschehen, im Vorlauf, die sind manchmal aufregender als das Ganze zum Schluss. Wir hätten auch ohne, dass wir deutscher Meister geworden wären, einen super Erfolg gehabt. Meister-Emotionen unmittelbar nach dem Anpfiff. Hier, Ratinho, das Mäuschen zu Tränen gerührt. Schönberg und Bock. Die Fans hatten längst den Rasen gestürmt. Die Pfalz feierte ihren Meister. Schnuppern Sie mal rein. Bei uns das Trainerpaar des Wochenendes, ich würde eher sagen, das Trainerpaar des Jahres. Beate Rehagel, Otto Rehagel, erstmal herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Wir machen das ja vor dem Spiel immer und fragen bei der Trainerin, sage ich. Wie ist der Trainer so drauf? Heute hat sie gesagt, Otto ist ganz optimistisch. Ich hatte ihn heute noch gar nicht gesehen, weil er war ja im Trainingslager gestern erstmal. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich das Gefühl, er ist ziemlich ruhig und gelassen. Otto, während des Spiels und auch so in den letzten Sekunden, wie paralysiert, voll konzentriert, als wenn Sie es nicht gewusst hätten, dass Sie jetzt deutscher Meister werden. Doch, ich habe stark damit gerechnet, denn wir haben in den letzten Wochen sehr gut gespielt. Und wir waren immer Erster und wir konnten das selbst entscheiden. Und die Mannschaft war gut drauf und ich war ja Tag und Nacht hier unterwegs mit meinen Jungs und ich habe gespürt, also wir können das schaffen, natürlich. Wir dürfen keine schwerwiegenden Fehler machen und alle haben an einem Strang gezogen, wie man so salopp formuliert. Und die Entscheidung lag bei uns, die Meisterschaft haben wir entschieden. Die Meisterschaft ging diesmal nur über den 1. Hälfte Kaiserslautern. Ihre Frau ist ja in solchen wichtigen Situationen des Lebens Stabilisator, haben Sie immer wieder gesagt. Was war denn so die schwierigste Zeit eigentlich in dieser Saison? Weiß ich gar nicht. Es gab eigentlich viele aufregende Situationen. Aber ich denke mal so, die Gelassenheit des Trainers rührt vielleicht auch daher, dass er gemerkt hat, was für eine Mannschaft er hat. Super Typen und sie haben wirklich in dieser Saison überwiegend, finde ich, gut gespielt und auch schwierige Situationen, Sie wissen ja, am Bielefeld oder das Dortmund-Spiel, doch noch so mit Bravour zu Ende gebracht, dass ich denke, das war auch eine ganz wichtige Erkenntnis zu wissen, eigentlich können wir es schaffen. Ja, Sie sagen immer noch der Trainer, der Trainer. Sie sagen nie mein Mann. Ja, ich... Erst heute Abend nach 24 Uhr. Ja. Erst nach 24 Uhr. So, jetzt wollen wir eben gucken, was die Spieler gesagt haben unmittelbar nach Spielschluss. Klaus Feldmann hat die Urtöne gesammelt dazu, Ecki Häuser. Der Fußball-Olymp liegt auf südwestdeutschen Höhen. Der Betzenberg präsentiert seine Helden. Die Mannschaft und der Verein hat Fußballgeschichte geschrieben und ich denke mal, das ist einmalig, was hier abgelaufen ist. Eine mittlere Provinzstadt hat es dem Fußballkonzern München gezeigt, das spürte man in der hintersten pfälzischen Stube. Die ganze Mannschaft ist mit dem Herz dabei und ich bin auch ein Typ, wo ich bin sehr sensibel und bei jedem solche Situationen, wo die Menschen Freude sind und ich bin eine unheimliche Freude und breche mein Herz in vier, fünf Teile. Kann man das noch toppen? Ja gut, wir sind deutscher Meister geworden. Hinein in die Glückseligkeit einer Mannschaft, die immer Zusammenhalt und Teamgeist gepriesen hat. Schönberg und Buck, biep, biep, sie haben sich alle lieb. Das ist der Pfälzer Rhythmus, bei dem auch Otto mit muss. Es gibt aber auch nachdenkliche deutsche Meister. Überlegt man da nicht doch, noch hier zu bleiben? Auf jeden Fall, aber ich habe mich schon so entschieden, dass kann man nichts machen. Und wie lange feiern Sie jetzt? Die ganze Woche. Gerade jetzt, sag ich mal, wo man deutschlandmeister ist, gerade im Höhepunkt seiner Karriere sollte man doch über vieles nachdenken. Da muss man schauen, was die Zukunft bringt. Aber im Endeffekt haben wir es uns heute verdient. Wir feiern heute, aber wir laufen blind durch die Gegend für die nächste Saison. Über was denken Sie heute nach? Das werde ich Ihnen jetzt nicht verraten. Gedanken als sportliche Mitbewerber, den alten Arbeitgeber. Das will ich meine, die haben, das ist klar, wir versuchen, die verschiedenen Methoden der Gegner nervös zu machen. Das haben sie versucht, aber wie gesagt, wir haben immer unsere Ruhe behalten und auf uns geguckt. Seid umschlungen, ihr Bayernjäger. Sforza und Rehagel eine sportliche Liebesbeziehung. Sie haben es allen gezeigt. Es ist angerichtet für die längste Pfälzer Nacht des Jahres. Deutscher Meister 1. FC Kaiserslautern. Ein Titelgewinn des Otto Rehagel. Das dienstälteste Kind der Bundesliga ist wieder ganz oben. Welchen Anteil hat Otto Rehagel da dran? Nein. Ein kleiner. Nein, natürlich, er hat einen Riesenanteil. Damit ist alles gesagt.